moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz easy jedes mal die evakuierung schafft leute mit einem kleinen trick und zwar ist ja hier im teichbereich ist er dieser wagen und dort auf dem wagen springt ihr drauf leute wenn ihr hier seid hilft einfach die ganze zeit ganze zeit springen und die zombies versammeln sich vor euch jetzt könnt ihr die ganz easy töten innerhalb der zeit und ihr habt dann die evakuierung geschafft leute das war es mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video so Vielen Dank.